Nur mir ist gerade eingefallen. Mir würde es generell zu lange dauern, bis ich die 15 Aufrufe habe. Deswegen dachte ich mir, es geht direkt weiter. Und ja, let's go! Wo sind denn jetzt schon wieder die Kinder hin? Ah, heile Leute, wisst ihr vielleicht, wo die Kinder sind? Ich weiß es nämlich nicht. So, perfekt. Aber okay. Dann suche ich. Was, Heavy? Wir haben gehört, dass du uns gerufen hast. Perfekt. Genau, euch habe ich gesucht. Ja, geht es denn darum, wen wir reiten? Bingo. Oh, du wieder Elferdofahn. Ich habe euch gesagt, nein. Mist. Tja, ich dachte mir mal, das wird an der Ponystunde. Das bedeutet, ja, alle drei reiten Ponys. Oh, sind so gut. Du? Hm, jetzt machst du mehr Angst. Weil dieses Pony soll ich reiten. Hm, komm mit. Du reitest eigentlich fast das größte, ich glaube, das größte Pony. Und zwar reitest du, also, ich hätte mal das hier in den Ponystunde, keine Ahnung. Ja, Tinta. Oder, ja. Oh. Fähne, mein Glück. Das ist ein bisschen der Wecker. So, na dann komm mal raus. Feines Pferd. Schon das Hälfte angelegt. Das bedeutet, ich kann dich gleich anführen. Wow. So, stehen tust du hier auch schon. Jetzt kann ich dich ja gleich satteln, dann sauber bist du hier eigentlich von beiden Seiten. Deine schöne Trense. Warte mal. Ich glaube, du kommst dort oben nicht dran. So, hörst du es so. Und jetzt nur noch schnell. Perfekt. So, jetzt noch schnell die Trense. Zulass mir ist gerade voll der Fehl aufgefallen, aber es ist mir jetzt auch eigentlich scheißegal. Denn das hier, Kamera, still scharf. Ja, danke. Diese Fehl ist gerade gerissen. Aber da ich jetzt nicht so viele drin so, bist du okay. Da hinten hängen noch welche da. Und da hinten. Seht ihr die schwarze einfach da liegen? Und da. So, nein, mein Zettel. Aber ja. Das ist gerissen, aber scheiß drauf jetzt. So, nur noch schnell über den Hals hängen. Perfekt. Nur noch schnell diesen Sattel. Erst drauf und noch schnell zumachen. So. Fertig bist du auch schon, meine Fübsche. So, und wen reite ich jetzt? Du reitest. Hallo. Hm. Gute Frage. Gut. So. 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 Schatzi. Blume. Komm her. Hm. Au, Blume. Hey. Warte. Ich lasse dich ja raus. Komm. Komm. Ach, Blume. Jetzt hör auf dich zu Sian. Komm, beweg dich. Ja. Sieh sieh sieh. Ich lasse dich nicht wundern. So. Wir sind schon zu Hause. Also, beweg dich noch. So. Doch, Blume. Jetzt hör auf. So, ähm, ich sattel sie jetzt eben ganz schnell und ja. So, Blümchen. Wir springen heute, aber bei ihr ist es jetzt in Ordnung, was ich stecke. Ob. Ähm, wenn sie jetzt ohne Springseite reitet, dann ja. Ist eigentlich so schlimm. Ähm, sie ist aber so hässlich. Weil leider geblumen ich. Es war viel Arbeit, ihr diese ganzen kleinen Blümchen reinzustecken. Und jetzt fass es lieber aus, dass es nicht gut ist. Dann die letzte, soll immer das Schlimmste sein. Naja, du reitest immer hin. Das ist gar nicht. Wow, sie ist ja übelst groß. Ja, und sie ist mega gut im Spring. Aber ja. Oh, nichts aber ja. Okay, dann mache ich sie jetzt im Schiff fertig für dich. Nein, ich mache es auch schon. So, habt ihr jetzt auch alle ein Pferd? Und seid ihr auch alle zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, nee, weißt du. Oh, ja, bloß, weil Blume die kleinste ist, ne? Und deswegen kannst du auch gleich mal schauen. Aber ich hab selbst dran schuld. Wenn du hier jetzt die ganze Zeit rummotzt. Brr, aber der Boku ist zu schwer. Ja, tja, mir geht bald aufs Osterfest, ja? Also. Mittags. Drei Blume, lieber. Seid ihr wenigstens aufgewärmt? Ja. Blume Galopp. Mh, sie ist ja richtig langsam. Wie soll es sich jetzt an... Ja, weil es doof ist. Noch einmal dieses Wort und du kannst dir gleich vom Reitfall fliegen. Ach. Ja. Über den Wassergraben, genau. Drauf. Wow. Runter. Drüber spring, du noch mal. Ja. Oh Gott. Das ist ja extra Wünsche. Spring. Blume hat's umgeschmissen. Zeigen. Wenn du das Blume schon nicht schaffst, ne? Hier. Über den Wassergraben. Zurück. Jetzt hier drüber. Jetzt da drüber. Jetzt da drüber. Okay. Boah. Junge, sie ist richtig schlecht. Ja, ich weiß. Ey, ich höre euch listern. Fokussierst du mal. Kamera. Aber okay. Kamera, fokussierst du mal. Hallo. Ja, perfekt. Jetzt bitte auf Scarlett. Scarlett, wir schaffen das doch locker. Galopp. Her. Hepp. Und wieder runter. Super, den Fehler beachtet. Galopp immer noch. Warte, stopp. Ich hab vergessen, das aufzustellen. So, jetzt springt du mal. Galopp und... Boah. Super. 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 Und super. Nichts. Boah. Naja, gut. Drei Strafgesundung. Witzdings wäre. Aber okay, ich baue schnell. Als nächstes bitte Hyazinth. Ich stehe hier oben und pass auf, ne? In dieser schönen Baumlandschaft. Ach, Hörz. Du bist so fett, ey. Du schaffst, was dich aus... Stopp, ey. Scarlett, du hast die Stangen vergessen. Trapp mal. Galopp immer drüber. Scarlett, schneller. Super. Keine Hände gehauen. Okay, na dann. Beginn mal den Stangen. Den natürlich im Galopp. Fein. Ah, berührt. Mist. Drüber. Drüber. Treib sie im Sprung. 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 Hyazinth. Hyazinth. Oh Gott. Oh mein Gott. Boah. Ich hab zu gerissen. Mist. Hyazinth. Boah. Was, hä? Wie? Wirklich, du hast das da gerade verpasst. Aber okay. Siegerblenden ist tatsächlich Blumen. Nicht. Du. 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 Ich? Okay, dankeschön, Schwesterchen. Ja gut, da dann. Ja gut. Würde ich sagen, das war's mit meinem Video, Leute. Wenn euch das gefällt und wenn ich mal diesen ganzen Trainingsplatz hier, warte ich, zeig euch mal kurz, umstellen soll. Ja gut, ähm, das soll ich, glaub ich, gleich in dem Video machen, in meinem nächsten Video machen, mit diesen ganzen Stangen da und da und das werde ich gleich erst wegräumen. Und ja, das war's mit meinem Video. Abonniert mich gerne, keine Ahnung. Ja, und folgt mir gerne und ja, abonniert mich gerne. Und ja, das würde ich mal behaupten. Was mit dem Video? Na dann, tschüss. Tschüss.